Liebe Kolleginnen und Kollegen, immer öfter erkranken Kinder an einer Pilzinfektion. Nicht nur an Nagelpilz, auch die Tinia capitis ist eine wieder häufige Infektionskrankheit. Sie gilt als schwierig, weil insbesondere nahezu ausschließlich Kinder betroffen sind, die Klinik oft schwer ist, immer systemisch behandelt werden muss und das über längere Zeit. Ein weiteres Problem ist, dass die Tinia capitis häufig außerhalb der Dermatologie verkannt wird. Es bildet sich nicht selten Eiter auf dem Kopf, was dazu führt, dass erst antibiotisch behandelt wird, oft wochenlang und am Ende sogar ein operativer Eingriff vorgenommen wird. Viele Kinder werden dadurch regelrecht skalpiert. Eine weitere Besonderheit der Tinia capitis ist das sehr, sehr breite Erregerspektrum. Es sind aktuell etwa zwölf verschiedene Keime, die eine Tinia capitis in Deutschland auslösen können. Darunter sind schwer identifizierbare Erreger wie Trichophyton benhamie, auch langsam wachsende Keime wie Trichophyton verukosum und Exoten wie Trichophyton sudanense. Der große Vorteil der Gendiagnostik ist der, dass nicht nur alle Erreger durch die Euroimmun-Diagnostik erfasst werden. Vor allen Dingen geschieht das sehr schnell. Innerhalb von zwei Tagen können Sie auf einfachste Weise jeden dieser Erreger zuverlässig identifizieren. Ich möchte Ihnen hierzu diesen folgenden interessanten klinischen Fall vorstellen. Es ist ein kleiner Junge, der hat einen wunderbaren Kinderarzt, Herrn Dr. Schäfer in Itzehoe. Und Dr. Schäfer schreibt uns vorab folgende E-Mail. Hautbefund eines drei Jahre alten Jungen, ungefähr seit zehn Tagen, unter Terminafin-Creme zweimal täglich. Die Mutter des Patienten beklagt ausbleibende Besserung. Im Bestand der Familie sind Tiere mit Kälberflechte und ein betroffener Mitarbeiter. Die Frage war, wie lange bräuchten wir eine Behandlungspause, bevor wir Material gewinnen können, um es Ihnen zuzusenden. Unsere Empfehlung war, keine Therapiepause. Der Erreger könnte sich sonst von der Wange auf den Kopf ausbreiten. Die Kultur abwarten ist ebenfalls keine Option. Das dauert Wochen, fünf, sechs Wochen, bis der Erreger anwächst. Bitte Probe mit einer Kerette einsenden. Wir können eine PCR machen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gesagt, getan, der Doktor hat uns diese Kurette von dem kleinen Jungen eingeschickt. Und wir hatten binnen kurzer Zeit das Ergebnis mithilfe der PCR. Trichofüttern, Verokosum, Erreger der Kälberflechte. Wow! Zusammengefasst, das Erregerspektrum bei der Tinia Capitis ist bunt, vielfältig und kompliziert. Die gute Nachricht ist, mithilfe der Gendiagnostik können Sie jeden dieser Erreger nachweisen und das nicht nur exakt, sondern auch sehr schnell. Zum Schluss noch eine gute Nachricht. Jede Tinia Capitis ist heilbar. Auch nach einer Skalpierung wachsen die Haare, Gott sei Dank, wieder nach. Untertitelung des ZDF für funk, 2017